»Erzählen Sie«, sagt er. Und Kathi, flammend vor Entrüstung, voll Hass gegen die Odilon, erzählt den ganzen Skandal. Der Kaiser ließ den Grafen Paar rufen und gab Befehl, dem Polizeipräsidenten sofort zu bedeuten, dass Herr Schiradi unbehelligt bleiben müsse. Weiters möge er abwarten. »So, liebe Freundin, sind Sie jetzt beruhigt. Aber für meine Mühe bitte ich mir nun eine Rekompense aus. Ich möchte doch diesen Schiradi, in den ganz Wien verliebt ist und der mir von Ihnen als der amüsanteste Mensch geschildert wurde, kennenlernen. Ich lade mich bei Ihnen zu Tisch ein, zum Dejeuner morgen Mittwoch.« »So eine Ehre für Schiradi, aber Majestät werden es nicht bedauern. Sie werden sich großartig unterhalten.« Die Schratt strahlt, als sie nach Hause kommt. »Dem Luder, der Odilon, habe ich das Genick gebrochen. Und der Polizeipräsident, der kann sich freuen.« Es wird ein besonderes Menü gemacht. Die Tafel deckt die Schratt mit ihrem berühmten Altwin. Schiradi, bleich und schrecklich aufgeregt, wartet im Salon. An der Tür erscheint der Kaiser, spricht Schiradi freundlich an, man geht zu Tisch. Der Kaiser konversiert mit der Schratt, Schiradi spricht kein Wort. Die Schratt wirft ihm ermunternde Blicke zu und sucht seinen Humor aufzustacheln. Aber Schiradi schweigt krampfhaft. Allmählich wird die Stimmung peinlich. Der Kaiser langweilt sich. Plötzlich wendet er sich, alle Etikett beiseitelassend an Schiradi. Man hat mir so viel von ihnen erzählt. Von ihrem Witz, ihrem Humor. Ich habe mich so drauf gefreut. Warum sind sie so schweigsam?